Hallo meine lieben Freunde, willst du die Eliten quälen, musst du, Gerald, also mir deine Unterstützung geben. Wie das geht, ist recht einfach. Geh auf www.gerald-groß.at, lade dir das Dokument Unterstützungsformular herunter, geh damit zur Gemeinde, unterschreibe es, lass es dir von der Gemeinde bestätigen und schicke es mir an Gerald-Groß-Postfach 60, 80, 10 Grad weiter. Warum? Weil wir den Eliten, dem Establishment einen Denkzettel verpassen sollten, für zweieinhalb Jahre Corona-Wahn, Impfpflicht, Debatte, Lockdowns, Maskenpflicht. Weil wir dem Establishment einen Denkzettel verpassen müssen für Korruption auf der Regierungsbank. Weil wir dem Establishment und dem Amtsinhaber einen Denkzettel verpassen für die Aushöhlung der Neutralität, für die Inflation, für die Teuerung, für die vernichtenden Sanktionen. Wählst du, Gerald-Groß, bist du die Regierung los. Also, geh zur Gemeinde, unterstützt mich und machen wir Österreich frei.